das schön guten morgen aus hamburg es ist donnerstag der 26 januar 8 31 mein name ist kardus martins und sie hören uns live aus dem traders club trading raum sowohl platzieren wir heute unsere erste box ich würde sagen wir sind bei 50 genau neutral ich gehe mal auf richtung 51 und da sehen wir 51 und daily p wo wieder dicht beieinander ja wir sind 50 punkte entfernt schauen wir mal ob der kurs darunter geht wir sind dort was das betrifft sehr flexibel falls der kurs nach oben geht wechseln wir indem wir alle schließen oben rein gehen und die falle dort für die faulen personen unter uns ihr könnt natürlich zwei charts machen und einmal 15 2 platzieren und 15 1 platzieren das ist natürlich auch möglich ja wo geht es dann letztendlich wo kommen die vola boxen rein und da gucken wir mal die vola box der forecast liegt genau da wo wir uns aktuell befinden bei 15 153 zähler 15 153 gap ist dort und ja so 15 1 42 wenn wir die vola box platzieren grit machen wir mal aus nach dem und los geht's kurz vor der ersten falle vola box falle hat zugeschnappt man damen herrn es ist 9 uhr 1 erster trade ist nicht die big number sondern ist vola box guten morgen ab den zweiten geben wir auf angepasst und ziel ist dann klassisch diese zone hier unten mal ein bisschen breiter daily pivo und big number erster trade um long jetzt zweite order wird bei 15.127 multipliziert in richtung short morgen bin ruhig mtx kein signal harald dort oben dort unten so wir sind long 9 uhr 2 hollrich hat kein ton josef guten morgen josef guten ganz guten morgen so wir stehen kurz vorm landeanflug schnell rüber ziehen blaue linie erster trade es ist 9 uhr 6 9 uhr 6 und das war's erster trade für heute und für unser video tagebuch wir platzieren die order noch einmal verabschiede mich bei den youtube land danke 9 uhr 6 erster trade ist heute nicht die big number sondern die vola box gute trades wir machen im live trading und und Vielen Dank.